Unser Happy Meal. Als eines der größten Familienrestaurants in Deutschland liegt uns gerade die Ernährung der Jüngsten sehr am Herzen. Wir wissen Vitamine, Nährstoffe, aber auch mal etwas Süßes sind mindestens genauso wichtig für die Kinder wie eine große Pizze Liebe. Daher gibt es wieder neue, fruchtige, McFreezy-Einsorten als reiche Alternative, die haben wir hier. Außerdem jedenfalls ein tolles Spielzeug, also ein tolles Spielzeug, der auch noch ein neues, gutes tut.